Was ist die Pensionskasse? Die Pensionskasse ist nicht nur dazu da, dass ich eine Altersrente bekomme, sondern genauso wichtig ist, Leistungen im Todesfall beispielsweise für Hinterlassene. Darum ist die Frage, was komme ich eigentlich über aus der Pensionskasse und wer erbt mein Geld, das ich angehäuft habe, in der Pensionskasse, wenn ich vor dem Alter von 65, 64, vor der Pensionierung stirbt. Wichtig zu allererst, es gelten unterschiedliche Gesetze, gesetzliche Bestimmungen. Das Vorsorgerecht greift beim Vorsorgevermögen, wie das vererbt wird. Das ist nicht deckingsgleich mit dem normalen Erbrecht, das für das Privatvermögen gilt. Wie ist es in der Vorsorge? Wenn ich einen Renten aus der Pensionskasse bekomme, ist das nur möglich, wenn ich verheiratet bin mit einem verstorbenen oder in eingeträgter Partnerschaft leben. Dort ist die Bedingung, dass ich für Kinder aufkommen muss und dass ich älter sein muss als 45 und die Frau muss zusammengelebt und heiraten sein mit dieser Person. Sonst gibt es allerdings nur eine einmalige Abfindung. Es gibt Kinderrenten für Kinder, die noch nicht 18 erreicht haben oder in Ausbildung sind bis 25. Und es gibt auch die Pensionskasse oder die Möglichkeit, dass man Lebenspartnerrenten ausrichtet. Zusätzlich gibt es eine Kapitalauszahlung und zwar entweder, weil das Kapital, das ich angespart habe, noch nicht verbraucht ist für die Renten, dann gibt es eine Restkapitalauszahlung oder es ist ein zusätzliches Todesfallkapital versichert. Dann gibt es eine einmalige Kapitalauszahlung, die auch wieder besondere Gesetzmäßigkeiten untersteht. Wir haben zum einen, und das ist jetzt unterschiedlich nach Pensionskassenreglement, zwingende Vorschriften, die jede Pensionskasse einhalten muss. Nämlich das Zallererst der überlebende Ehegatte oder der überlebende Partner, der eingetragen ist, eben das Kapital bekommt. Oder in nächster Ordnung renteberechtigte Kinder. Das wäre dann die zwingenden Bestimmungen, die ich in jeder Pensionskasse gleich habe. Und dann ändert es sich, dann kann es fertig sein oder die Pensionskassen können vorsehen, dass wir einen Lebenspartner ebenfalls begünstigen für Kapitalauszahlung, Kinder, die älter sind als 18 oder 25, älteren Geschwister, oder dass gemäss der gesetzlichen Erben sonstige Vererbungen möglich sind. Das dann in einer Reihefolge, die aber in jedem Pensionskassenreglement unterschiedlich sein kann. Darum ganz wichtig, wenn ich vor allem als Lebenspartner Ansprüche habe, dann gilt es, zwei Dinge zu beachten. Die Lebenspartnerschaft setzt voraus, dass man in der Lebensgemeinschaft die ganzen fünf Jahre vor dem Tod mit dem Verstorbenen zusammengelebt hat, und zwar ununterbrochen in der Lebensgemeinschaft war. Das bedeutet in der Regel, dass ich einen gemeinsamen Haushalt habe. Da gibt es aber auch abweichende Situationen. Wichtig aber überall, ich muss einen Lebenspartner zu Lebzeiten bei der Pensionskasse melden. Sonst gibt es keine Rente. Also das ist wichtig, dass die Pensionskasse überhaupt identifizieren kann, wer hier anspruchsberechtigt sein könnte. Zum Schluss noch etwas, was vielleicht eher verwirrt. Die Begünstigungsordnung haben wir jetzt im Bereich der Pensionskasse angeschaut. Hier sind die zugehörigen Gesetzesartikel. Das sind unterschiedliche Vorschriften und Begünstigungsordnungen als in der Freizügigkeitseinrichtung. Also Geld, das ich von der Pensionskasse parkiert habe. Und nochmals anders ist es definiert, wenn ich zwei oder drei Jahre Geld habe. Also da gibt es in jedem Gefäss unterschiedliche gesetzliche Vorschriften, wie die Erbreihenfolge ist. Also das muss man sich ganz genau anschauen. Die wichtigsten Tipps am Schluss zusammengefasst. Bei der Pensionskasse genau anschauen. Wie ist das genau geregelt mit den hinterlassenen Leistungen und vor allem mit der Kapitalvererbungsordnung. Wie das genau funktioniert. Da gibt es Unterschiede. Dann wichtig, Lebenspartner immer sofort bei der Pensionskasse anmelden. Sonst gibt es keine Lebenspartnerrente. Das gilt natürlich auch, wenn der Lebenspartner mal wechseln sollte. Dass man da entsprechend auch die Änderung mitteilen. Und ganz wichtig rund um das Thema Erben, Vererben, Geld aus Pensionskassen mit Experten. Wir haben es gesehen, es ist sehr kompliziert. Es gibt andere rechtliche Voraussetzungen, andere Definitionen. Weil im Gefäss das Geld ist. Darum immer das Ganze mit Spezialisten auch nochmal anschauen und gegenchecken. Vor allem dann, wenn es komplizierte persönliche Verhältnisse sind. Ich habe Ihnen das zusammengefasst in einem Merkblatt. Sie können das Merkblatt bestellen unter den zeigten Adressen. Oder Sie können es anrufen. Und dann schicken wir das Merkblatt gerne kostenlos heimisch.